du befindest dich nicht in einer Sicherheitszone... guck mal wo die ist really nigga ist ja witzig schon über die ganze Map die schaffen ja niemals für S.I.M. ist es gut in der Mitte zu spawnen ja, aber... ja schon trotzdem toll können wir jetzt zu spawnen? Nein startlein hin da kommt ja schon das Gas tschüss ah hier hier ich hab einen Quad echt? ja geht aber schnell so ach so... ja das schafft mich eh nicht das schafft mich eh nicht gib Gas ach siehst du das Gas? ja aber das ist schneller jetzt wie oder? ja, klar oh nein aber trotzdem wir haben ja noch ein bisschen Medicaid und können uns dann halt ich hab gar nichts tschüss tschüss bastel man hat die mal so zu Anfang 1 2 sogar zum ich kann ich sehe jetzt nichts das ist ja gar nichts tsch oh man tsch 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 Ich mein, ich seh nix hier, gar nix, ich seh alles grün und... Gibt's keine Gasmasken hier? Nee. Ach, lass rausgehen, Alter. Wir haben sowieso verloren. Ja. Oh, Mann. Ja, lass da... irgendwo da. Bei den Häusern. Ja, genau. Ihh, hier sind Kakerlaken, Mann, hier. Oh, leck, leck, leck. Armbus mach ich eigentlich nicht. Ja, ich auch nicht. So, was hier so schön ist? Lass erst mal wieder ein Haus campen oder so? Ja, lass erst mal in die Zone sicher reinkommen. Ja. Oh, da draußen ist einer. Äh, bei... Nordosten. Nordosten? Zwei sogar. Die hüpfen auf solchen... Dingern rum. Und die kommen jetzt in meine Richtung. Ja, die sind in deiner Nähe. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Scheiße. Ich glaub, die haben... ...ein Auto gestartet quasi. Oder? Ja, die haben Auto gestartet. Wo sind die? Ich seh dich auch nicht. Ich seh dich auch nicht. Ja, ich bin in so'm Haus. Ja, du willst schnell campen, ja. Ich weiß schon. Aber, weißt du wo die sind? Ne, ich seh auch keiner jetzt. Doch, 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 doch. Wo denn? Wo bist du das? Ne. Ja, ich bin ja die... ...blaue Markierung. Doch, die da hinten? Scheiße, die sind bei Food on Sticks. Also hab ich grad einen gesehen. Aber wie soll ich jetzt da hinkommen? Zu dir. Die waren in dem Gebäude vor dir, waren die drin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die da wären. Oh, immer noch drin. Ah, da kann ja nichts passieren. Also mit Munition hab ich genug. Ich auch. Beweg dich mal nicht. Die sind hier drüben. Die sind im anderen Haus. Die sind im scheiß anderen Haus. Genau gegenüber. Oder Osten? Genau da, wo du hinguckst. Ja, genau da. Wo? Der kommt raus, einer kommt raus. Ja, jetzt sehe ich auch. Warte, ich... Scheiße, jetzt ist einer unten bei uns. Jetzt kommt er unten rein. Fuck. Okay. Beweg dich nicht, beweg dich nicht. Die kommen hoch. Mhm. So. Alles klar! Jawohl. Ich hab ihn ein. Ja, toll. Ey, der hat mir einfach Heldschut gegeben oder so. Naja. Seid's geil. Tobi. Tobi. Beats. 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 Bis zum nächsten Mal.